Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daraufhin kam ein Rückschreiben, wo er eben diese tolle Begeisterung, die wir hier in Ottoborien mit unseren Ministranten erleben, sehr gelobt hat. Hat unser Motto Jung, dynamisch und begeistert sehr intensiv aufgegriffen und hat auch gefordert, wir sollen unsere Begeisterung nicht nur in unserer Gruppe, sondern auch in der ganzen Gemeinde und weiter darüber hinaus in der Diözese ausbreiten. Er war sehr fasziniert von uns Ministranten und deshalb hat er mir auch eine Adresse geschickt, wo man eben anfragen kann, um eine persönliche Audienz mit Papst Franziskus bekommen zu können. Gesagt, getan. Kurz darauf kam schon eine Einladung von Papstsekretär Georg Genswein. Das Augsburger Wallfahrtsbild der Maria Knotenlöserin könnte ein gutes Gesprächsthema sein, so Benjamin Nägele. Ansonsten will sich die fünfköpfige Delegation aus Ottoborien vom Papst überraschen lassen. Und wir sind auch gespannt und werden nachfragen. Katholisch 1 TV Heute unter anderem mit diesen Themen Audienz bei Papst Franziskus. Ein unvergessliches Erlebnis für Benjamin Nägele. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Papst Franziskus ist seit etwas mehr als vier Jahren das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er ist der erste Papst, der aus Südamerika stammt. Und er ist sehr populär. Das liegt unter anderem daran, dass er gerne und oft direkt mit Menschen in Kontakt tritt. Zum Beispiel tut er das bei den Audienzen, die immer am Mittwoch stattfinden. Bei einer solchen Audienz war vor kurzem auch Benjamin Nägele aus Ottoborien. Was er dort erlebt hat, wird er wohl nie vergessen. In der Basilika in Ottoborien kennt sich Benjamin Nägele aus wie wohl nur wenige. Er ist hier seit zehn Jahren Oberministrant und somit der Chef von fast 200 Minis. Von seiner Reise nach Rom zum Heiligen Vater, die er vor kurzem mit seiner Familie unternommen hat, bleibt ihm aber viel mehr als dieser Rosenkranz, den dem Papst Franziskus geschenkt hat. Es war ein besonderes Ereignis, ein besonderes Erlebnis, ihn ganz hautnah begegnen zu dürfen. Also ich würde mal sagen, die größte Ehre, die man als katholischer Christ erleben darf, einen heiligen Vater begrüßen zu dürfen, mit ihm sprechen zu dürfen und ihn somit begegnen zu dürfen. Die Reise nach Rom hat Benjamin Nägele schon seit über einem Jahr geplant. Dass Papst Franziskus so offen und so freundlich auf die Allgäuer Familie zugehen würde, konnte er aber nicht wissen. Umso schöner war es, als es tatsächlich passierte. Benjamin Nägele kann sich noch ganz genau an alle Einzelheiten seiner Begegnung mit dem Heiligen Vater erinnern. Dann habe ich ihn zuerst mal begrüßt, habe uns vorgestellt, woher wir kommen. Aus Otto Beuren, aus der Diözese Augsburg. Dann hat man schon gesehen, dass er das Lächeln aufgesetzt hat, weil er eben doch sehr stark mit Augsburg verbunden ist, durch dieses Knotenlöser-Bild, das er zur Verehrung auch nach Argentinien gebracht hat. Und er hat auch daraufhin gesagt, das betet er täglich, also er betet täglich zur Knotenlöserin. Und ja, da sieht man die Verbindung, die der Heilige Vater zu uns hier nach Augsburg hat. Es war ein herzliches, nettes Gespräch mit ihm. Er hat sich interessiert, was wir machen, woher wir kommen. Auch durch unsere Geschenke, die wir ihm dann geschenkt haben, wurde das Gespräch nochmal lebendiger. Neben Honig aus der Otto Beurer Imkerei und einem Bild der Ministranten gab es für Papst Franziskus auch ein Bild der Maria Knotenlöserin. Die Bitte nach einem persönlichen Segen für die Familie Nägele erfüllte der Heilige Vater gerne und äußerte dann auch seinerseits noch eine Bitte an die Besucher aus der Diözese Augsburg. Könnten wir noch den Segen bekommen? Gott singt euch allen, der Vater, der Song, der Heilige Geist. Amen. Und bitte für mich. Und bitte für mich, was ich brauche. Zurück in Otto Beuren ist Oberministerant Benjamin Nägele noch immer erfüllt von seinen Erlebnissen in Rom. Die lange Zeit der Planung und die Ungewissheit, ob in der ewigen Stadt auch alles so klappt, wie er es sich gewünscht hat, ist vorbei. Die persönliche Begegnung mit dem Heiligen Vater wird er wohl nie vergessen. Es war ein nettes Gespräch. Man sieht es bei den Bildern. Wir lachen miteinander. Ein herzlicher Papst, der auf die Menschen zugeht und die Freude von seinem Herzen auch auf alle Menschen begegnen, wie er überträgt. Beeindruckende Bilder und Erlebnisse, die die Familie aus Rom mitgebracht hat.